Soeben ging ein sensationelles Dokument einer bedeutenden amerikanischen Sicherheitsorganisation online. Es handelt sich um eine Richtlinie von und für Polizeichefs in Nordamerika. Das Dokument mit dem Titel Reference Guide UAP beinhaltet umfassende Informationen zum Thema UFOs und wie mit diesem Phänomen und insbesondere daraus resultierender Sicherheitsprobleme umzugehen ist. Die Major Cities Chiefs Association ist eine Organisation von 79 Polizeichefs, Kommissaren und Sheriffs, die die größten Städte von New York abwärts der Vereinigten Staaten und Kanadas, insgesamt 70 Großstädte in den USA und neun in Kanada, repräsentieren. Diese Organisation veranstaltet mehrmals jährlich Treffen der Polizeichefs und gibt regelmäßig Informationen über neue Bedrohungsmuster und Herausforderungen, etwa Terrorattacken, neue technologische Entwicklungen und mögliche Sicherheitslücken heraus. Gerade wurde bekannt, dass diese Organisation eine umfassende Gefahreneinschätzung zum Thema UFOs inklusive zahlreicher weiterführender Links herausgegeben und an alle Sicherheitschefs des Landes übermittelt hat. Der Reference Guide UAP besteht aus elf Seiten bzw. elf Kapiteln, die umfassend über die Geschichte und den aktuellen Stand der offiziellen Beschäftigung mit UFOs Auskunft geben. Das reicht von historischen UFO-Untersuchungen der amerikanischen Behörden über Aussagen von Whistleblowern, legislative Aktivitäten im Kongress, Tätigkeiten des Pentagons und anderer Teile der US-Behörden bis hin zu der Beschäftigung mit dem Thema durch NASA, durch die Nationale Flugsicherheitsbehörde FAA sowie Regierungsorganisationen anderer Länder, wie etwa Frankreich. Die Überschriften sprechen diesbezüglich für sich. Die Hauptaufgabe des Dokuments besteht offensichtlich in der Bewusstseinsbildung, denn bei dem Phänomen handelt es sich, wie an mehreren Stellen betont wird, um eine unbekannte Gefahr mit unbekannten Möglichkeiten und somit auch unbekannten Auswirkungen auf die öffentliche Sicherheit. Detailliert und mit deutlich über 100 Hyperlinks versehen, mahnt der Text die Polizeichefs, nicht nur die Augen offen zu halten, sondern auch in ihren jeweiligen Einflussbereichen Strukturen zu schaffen, welche die Meldung durch die Bevölkerung, aber auch den Umgang mit Sichtungen oder sogar Landungen durch die Polizei vor Ort regeln. In der abschließenden Zusammenfassung wird unter anderem klar und deutlich festgestellt. Unbekannte Objekte im geschützten Luftraum stellen eine Lücke in der Überwachungshoheit dar. Diese Lücke bedeutet eine klare und gegenwärtige Gefahr für Piloten und unsere Soldaten, die akuter ist als je zuvor. UAPs können erhebliche Auswirkungen auf die Operationen und Sicherheit der Strafverfolgungsbehörden haben. Und zwar aus folgenden Gründen. Unbekannte Bedrohung der öffentlichen Sicherheit, UAP-bezogene Notrufe und Flugsicherheit. Derzeit gibt es keinen offiziellen lokalen UAP-Meldemechanismus für die Strafverfolgungsbehörden. Interessanterweise findet sich im Kleingedruckten der Hinweis, dass es sich um den zweiten Teil des UFO-Referenzhandbuches handelt. Es muss also schon einen davor gegeben haben. Darüber hinaus trägt es das Datum Juni 2024. Es ist also nicht ganz klar, ob dieses Referenzhandbuch bereits länger im Umlauf ist und erst jetzt öffentlich bekannt wurde oder tatsächlich erst jetzt veröffentlicht wurde. Jedenfalls ist es nunmehr für jeden zugänglich. Link dazu in der Beschreibung. Und jeder und jede kann sich selbst ein Bild machen. Weitere Informationen darüber und auch viele weitere Themen rund um das Phänomen in der nächsten UFO-TV-Wochenschau. UFO-TV versorgt Zuseher und Zuseherinnen seit November 2023 verlässlich jede Woche mit einem News-Update. Dazu gibt es Breaking News und längere Formate, die der intensiveren Betrachtung all dieser Informationen gewidmet sind. Wer den Kanal abonniert, wird regelmäßig, verlässlich und objektiv über die neuesten Entwicklungen informiert. Falls ihr den Channel noch nicht kennt, am besten einfach mal dort umsehen. Es ist sozusagen für jeden etwas dabei. Bis zum nächsten Mal.